Hallo ihr Lieben, auch ich darf euch heute ein bisschen was vorführen, ein bisschen was zeigen, kann euch motivieren. Ich gebe mein Bestes und fange an mit einem Warm-up. Wir marschieren. Bringt die Arme schön mit. Bauch fest. Bauch fest. Beine öffnen. So, nach und nach ein bisschen höher ziehen. Wir gehen hier tief und hoch. Ihr könnt dabei mit den Händen die Oberschenkel noch ein bisschen mit nach außen schieben. Schultern kreisen. Elbogen. Und wieder die Tiki-Bogen. Und zum Halten. Wir schieben. Halten. Fersen in Wechsel. Wer möchte, probiert weise. Und hier push. Tief. Tief. Lösen. Beginn side to side. Händen. Und den Arm nach oben. Sie. Let's throw up. Jede Seite doppelt. Jede Seite viermal. Vier, drei, zwei und wechseln. Nochmal vier. Übergehen zum Nied. Fünf. Jede Seite. Jede Seite. Und die Serben in den Zehen. Dann lasst die Beine geschlossen. Zieh den Ellenboden. Zieh den Ellenboden. Zieh den Ellenboden. Das sind Rotation im Oberkörper dazu. Bleib höchst und breit. Hier, komm. Tief. Arme dazu. Ja, schieb. Wir gehen jetzt wieder. Okay! Sehr gut, sehr gut, jobba! Let's go! Skip! Arme dazu! And from here to there! Tief! Tief! Vier! Zwei! Zwei! Und halte! Kleine! Langsam lösen! Jeweils ein Bein zur Seite! Jeweils! Machschi! Machschi! Die Beine an den Hübschen! Kleine bisschen runter! So, ne? Okay! Waaah! Was there. Im5004, Kimخschi! Enigrass! Mit Kleiner! Untertitelung des ZDF für funk, 2017